so da bin ich schon wieder und diesmal lösen wir keine aufgabe sondern ich kann euch nur klipp und klar sagen es funktioniert jetzt spiele verschiedene kreativmodus der fluchinseln oder der gunfight ltm funktioniert jetzt also die runden zählen ich wollte einfach nur mal als kleines update video machen und werde euch auch kurz zeigen welchen mode ihr besuchen müsst nämlich einmal wie gesagt müsst ihr hier rein in den gunfight dann müsst ihr das zählt dann als eine mission dann ab in den kreativmodus direkt rein zu dir will ich nicht will meinen eigenen so dann einfach starten startet dann automatisch sobald ihr einen eigenen software startet und dann zeige ich euch jetzt welche inseln ihr besuchen müsst damit ihr endlich auch die aufgabe gemacht bekommt das ist nämlich ein wenig verbuggt gewesen genauso wie zurzeit das holz sammeln verbuggt ist und genauso ist derzeit verbuggt mit dem schaden machen an den monstern aber das ist wie gesagt ich habe es in dem video schon erklärt bitte hört auch bis zum ende zu sobald ich eine lösung gefunden habe hole ich dieses leider verbuggt aus dem titel raus das habe ich aber auch im video gesagt also bitte guckt die videos auch bis zum ende bevor ihr irgendwelche daumen nach unten oder schlechten kommentare macht so jetzt geht es zu den inseln wie gesagt ganz weit ist schon mal eine möglichkeit von den fünf dann geht ihr einmal hier rein ihr müsst nicht bis zum ende spielen sammelt den ersten kürbis und geht wieder aus dann habt ihr schon mal zwei geht hier rein startet die runde beendet die runde geht raus aus der runde habt ihr zwei geht hier rein spielt einfach eine runde bis die erste welle rum ist sage ich jetzt mal ihr müsst es eben machen für die anderen aufgaben dann habt ihr schon warte 23 wäre dann die vier menschen zählt aber sowieso die ganze zeit eigentlich bei allen schon hat bei mir auch gestern schon gezählt geht hier rein falls ihr noch nicht drin war ansonsten bei mir war die letzte möglichkeit bin ich dann hier reingegangen bin reingegangen kurz rumgelaufen bin rausgegangen und hatte die aufgabe fertig also mehr kann ich zu dem thema dann jetzt leider auch nicht mehr sagen wir gehen jetzt noch mal kurz zurück in die lobby damit ihr seht welche aufgabe ich meine so und wie gesagt wenn ich dir schon damit wieder weiterhelfen konnte gern abo da lassen kostet sich nichts ich mache das hier nur als update video weil zurzeit etliche probleme damit haben und natürlich auch nicht den ganzen tag hier in kreativ modus rein und raus spazieren es geht halt wirklich hier drum um diese aufgabe die funktioniert jetzt wieder und diese aufgabe genauso wie also diese füge scheusalen blablabla 100.000 schaden funktioniert derzeit leider nicht steht aber auch so in meinem video titel drin dann sammler ressourcen also holz sammeln denke ich mal weil ressourcen ist in fortnight holz funktioniert derzeit leider auch nicht steht aber auch in dem titel drin so ich hoffe ich konnte euch damit helfen wie gesagt lasst gerne abo da wenn ihr ein skin gewinnen wollt dann logischerweise glocke aktivieren am freitag zwischen lass mich lügen 18 und 19 uhr werde ich definitiv ein skin verlosen außer der shop ist halt übelst für den arsch dann natürlich nicht ich will euch natürlich auch keinen schrott schenken so aber wichtig dafür ist ihr seht schon da oben habe ich schon eine freundesanfrage wieder bekommen schickt mir auch eine freundesanfrage weil das wichtige ist damit ich euch skin schenken kann müssen wir leider zwei tage befreundet sein ich weiß nicht ob sie es geändert haben aber wir gehen da einfach auf nummer sicher so wie ihr seht freundesanfrage nehme ich an wir haben jetzt 83 freunde sind jetzt online so dann gameplayer schon mal danke für dein abo einer der wahrscheinlich eben ein anderes video gesehen hat gesehen hat ach wir haben sogar genau glatt 190 freunde also zurzeit können rein theoretisch nur 190 leute den skin gewinnen deshalb wie gesagt abo dalassen glocke aktivieren damit du siehst wenn ich online bin oder wenn neues video kommt weil in den videos sind auch immer updates was das betrifft und du siehst natürlich auch wenn ich live gehe ich hoffe ich konnte euch jetzt damit mit allem helfen und in dem sinne wünsche ich euch schon mal viel spaß dass ihr eine aufgabe weniger habt aber wie gesagt die hier funktioniert nicht und die funktioniert leider auch nicht ob die hier funktioniert werde ich gleich ausprobieren ich suche mir gleich irgendeinen aus der mich schon einladung geschickt hat und versucht mit dem die aufgabe zu machen also in dem sinne ärgert euch nicht zu doll ihr wisst ja das spiel ist eigentlich kostenlos wir haben eigentlich ein super support also in dem sinne viel spaß noch und haut rein